hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge unserer gesprächs serie hier im kulturhaus osterfeld mein name ist benjamin hat lieb und mit dabei ist wieder der arzt biologe und chemiker peter emmrich hallo peter hallo benjamin peter wir wollen ja im jubiläumsjahr 200 jahre dr schüßler mit dieser folge das vierte mineral salz ein bisschen näher besprechen kalium chloratum für mich ist kalium chloratum immer das mittel bei schleimhäuten schleimhäute müssen feucht bleiben um ihre funktion erfüllen zu können das erkannte schon dr schüßler ja schleimhäute ist eine besondere haut die grenzt der innenwelt von der außenwelt ab und damit unsere immunzellen dort optimale arbeit leisten können haben wir diese schleimhäute und die schleimhäute müssen erkennen was ist das was kommt da was muss sich abwehren sind es viren sind es bakterien die auch interessante sind oder kommt da gar eine pilzinfektion oder andere erreger zur tür rein die schleimhäute dort ist unser immunsystem aktiv und der ganze magendarm trakt vom mund bis zum aft ist nur ein ganz langer langer schlauch der der anatom einteil die mundhöhle speisere magen darm und after aber dort haben wir schleimhaut wir haben schleimhaut in den atemwegen wir haben schleimhäute auch in den gelenkinnenflächen das heißt also überall dort werden unsere immunzellen aktiv und deswegen hat schon schüßler erkannt dass die nummer vier gerade das zweite entzündungsstadium ja das zweite entzündungsstadium ist ja die sekretion da bilden sich absonderungen das ist der weiße zungenbelag der patient sagt wärme tut ihm gut was mir da immer gleich einfällt ist das krankheitsbild der fibromyalgie die fibromyalgie ein krankheitsbild was sehr viele menschen haben die gehen zum arzt dann der blut abgenommen man findet nichts man schickt sie zum röntgen man findet nichts und letztendlich werden sie dann die somatopsychische ecke geschoben die patienten die mir vorgestellt wurden bisher die so ein ausgeprägtes krankheitsbild hatten haben immer gesagt wärme tut gut beispielsweise sauna beispielsweise ein warmes bad in diesem bad oder in der sauna fühlen sie sich wohl die patienten tagelang haben sie keine beschwerden kommen sie aber irgendwo hin wo es kalt oder zugig ist ja sitzen irgendwo im zug dass das fenster offen ist oder klimaanlage im auto oder jemand kurbel das fenster runter und der zug wind kühlt diese menschen ab haben wir am nächsten tag einen akuten schub fürchterliche schmerzen ja aber man findet nichts und das ist das interessante und schüssel hat schon erkannt dass dieses schüssel salz nummer vier keim chloratum die sechs über lange zeit gegeben werden muss also sechs wochen lang drei vier mal am tag eine tablet oder fünf globuli oder fünf tropfen dann geht man von der d6 auf eine d12 vorausgesetzt es wurde zwar besser aber noch nicht gut dann gibt man die d12 zwei dreimal am tag und wiederum vier bis sechs wochen manchmal auch sogar ein vierteljahr das heißt also wir haben monate behandlung mit bestem erfolg und das hat schon schüssel bei seinen patienten vor nahezu 150 jahren erkannt eine geniale sache schleimhaut ist natürlich auch der ausdruck dessen wo wir immer sagen trinken ganz wichtig gerade der alte mensch trinkt wenig da frage ich immer meine patienten wie viel wasser geht eigentlich über die atmung verloren halber liter täglich pro tag pro tag nur über die atmung jetzt kann das im heißen raum oder im beheizten raum sogar im winterzeit bis zum liter werden wenn ich aber als alter menschen ein liter trinke habe ich ja das allein mit der atmung und im gut gewärmten zimmer schon verdampft das heißt ich rutsche peu a peu ins defizit und dann werden die schleimhäute krank und das ist genau der punkt wo schüßler erkannt hat die entzündung ist jetzt in einem zwei entzündungsstadium das sind diejenigen die immer wieder nasen absonderung haben die immer wieder ein pronial katar haben ja wenn die temperatur runter geht die schleimhäute reagieren sofort das sind die kinder die immer wieder ein ohrerguss haben in einem trommelfell hören schwer sind verschleimt auch die die abends zum beispiel noch ein milch kriegen liegen dann ins bett und dann läuft die nase die sind übersäuert und die sind verschleimt und genau für solche zustände genau dafür ist kein chloratum steckt ja das wort chlor drinnen chlor kennt ja jeder heutzutage aus dem schwimmbad ja damit da verschiedene menschen drin schwimmen können und die erreger sich nicht ausbreiten wird dieses wasser geklort chlor desinfiziert und genau das hat schüßler mit seinem nummer vier gemacht er desinfiziert den infizierten organismus er reinigt erklärt und reguliert so dass unser immunsystem ist damit links schafft den keimen restlos zu besiegen deshalb das interessante wir haben ja heute multiresistente keime woher die bakterien gar keine kraft mehr haben da sind die antibiotika resistent ja wann kommen ziehen das stärkste gegen diese schlimmen keime die multi resistenten keime da hilft auch kein bankomözin mehr und jetzt interessanterweise können wir mit diesem system schüßler hier in indien die menschen retten spannend um noch mal auf schüßler selbst zurückzukommen wir haben ja in den ersten folgen auch andere schüßler schon kennengelernt die auch in der d12 gegeben werden du hast gerade eben auch erwähnt kalium chloratum kann auch in der d12 gegeben werden aber warum hat schüßler selbst denn für sich festgelegt nein das mittel der wahl zunächst ist die d6 bei kalium chloratum man muss natürlich sein schüßler war ja pionier aber genial in seinen gedanken aber musste ausprobieren dieses was er ja erschaffen hat war ja unbekannt er nahm mineralien bekamen impuls ja nimmt die minereien die im natürlichen system vorhanden sind und dann hat er gesucht molle schott ein physiologe in heidelberg sagte ohne phosphor kein gedanke heute kennen wir die substanz phosphatidylcholin oder auch lecithin und das ist wenn die birne hier oben immer arbeitet dann gehen wir lecithin ja da funktionieren dann wieder diese nerven und wenn man überlegt in der zelle wird aus den mitochondrien sind ja die kraftwerkenden zellen wir haben ungefähr 1500 mitochondrien in einer zelle ja wir haben 70 billionen körperzellen unglaublich viele und dort sitzen 1500 mitochondrien produzieren atp vielleicht hat es einer noch aus dem biologieunterricht gehört adenosin trifosphat das ist eine verbindung die drei phosphatreste aneinander gebunden hat und durch abspalten eines phosphatrechts wird wieder energiefrei das heißt also atp ist die währung des körpers die währung der zelle da kann ich etwas energie speichern und wenigst benötigt wieder freisetzen und deshalb molle schott schon erkannt bloß konnte er die substanz lecithin noch nicht beschreiben weil man die erst in den 1930er jahren entdeckt hat aber er den phosphor nachweisen können und das war das interessante deswegen ohne phosphor kein gedanke und deswegen sind von den zwölf schüsseler salzen fünf phosphat verbindungen das einmal die nummer zwei kalzium phospholikum die nummer drei ferrum phospholikum die nummer fünf kalium phospholikum die nummer sieben magnesium phospholikum und die nummer neun natrium phospholikum aus heutiger sicht kann man natürlich sagen dass das dr schüßler fast schon ein querdenker war der mit neuen ideen versucht hat sich durchzusetzen was am ende ja auch gelang aber zu seinen lebzeiten erst mal sehr viel gegenwind erzeugt hat klar er kam aus der homöopathie und hat jetzt gesagt naja mit meiner abgekürzten therapie reduziere ich das ganze auf sehr sehr wenige mittel nämlich gerade mal zwölf was denkst du was war letzten endes der ausschlag dass sich diese methode auch durchgesetzt hat auch zur damaligen zeit in der damaligen fachwelt weil die beginne waren ja weniger berauschend für ihn das ist korrekt auf der einen seite muss man gut halten schüßler hat zu einer zeit wo es noch kein antibiotikum gab diphterie geheilt mit kalium phosphol kommt dem schüßler das heißt nummer fünf dass wir in der nächsten sendung behandeln werden und das war revolutionär mit diesem mittel kalium phospholikum diphterie ist auch heute noch wenn es zu spät entdeckt wird eine tödlich verlaufende krankheit durch segelnähmung lähmung des gaumensegels kommt es zum tod ja das heißt also diphterie ist heute auch noch lebensbedrohlich aber damals gab es kein antibiotium also wir hatten keine maffe gegen diesen erreger in der hand und da hat es schüßler geschafft diese kinder vor dem tod zu bewahren und es hat sich ausgebreitet über den ganzen erdball bis nach rüber amerika dort hatten dann zwei professoren professor böhricke und jui homöopathie-professoren gesagt menschenskinder lasst uns doch diese zwölf mineral salze prüfen weltweit alle homöopathischen ärzte sollen gucken ob das system das hält was schüßler verspricht denn schüßler schreibt ja kühn alles was zu heilen ist kann ich damit heilen ja also er hat das schon eine große portion an selbstbewusstsein aber auch so ein bisschen ein einseitig geprägter mensch der allein lebte hatte zwar eine haushälterin vielleicht in der biografie wird das ein bisschen ausgeführt wo ich ja mit professor umgeschrieben habe zu schüßler zwar zum geburtstag dass er auch ein techtel mechtel mit der hatte aber wer dazu natürlich mehr wissen will liest das in der biografie nach schüßler war eigentlich eine person die respektiert wurde in oltenburg ja es war einer da konnte man nachts hingehen klingelte schüßler hat sein schlafzimmer fenster geöffnet hat kurz kommuniziert mit dem patienten hat die arzneien körbchen gegeben hat 75 cent verlangt also pfennig damals ja und das war die behandlung er war pragmatiker und er war menschenfreund aber ein mensch der eigentlich für seine patienten da war und aus diesem grund hat er dieses system erschaffen er wollte dass sich die laien helfen können weil viele menschen sind damals dort zu der damaligen zeit vor 150 jahren verstorben weil man die medizinische kenntnis noch nicht hatte wenn es dem opa nicht gut ging naja da hat man noch gewartet und dann manchmal war es zu spät und heute wird ja zu früh reagiert oftmals ja völlig ist hier sprach mal kleinen ganzkörper ct was auch übertrieben ist aber so ändern sich die zeit aber zur damaligen zeit war schüssel mit seinem mittel revolutionär er hat ja mit dem mit seinem standardwerk kann man so sagen eine abgekürzte therapie das buch ist ja heute noch verfügbar in der 25 auflage und in den originaltexten von ihm wenn man da liest sind sehr viele konkrete behandlungshinweise sehr viele infektionskrankheiten die wir aus heutiger sicht anders behandeln würden mit einem antibiotikum oder stärkeren medikamenten für dich als als facharzt bis facharzt für allgemeinmedizin hast also in deiner praxis ein riesen spektrum an erkrankungen nicht nur leichte körperleiden sondern auch kranke menschen welchen stellenwert haben denn diese aus heutiger sicht sanften schüßler salze in der modernen ärztlichen praxis heute naja man muss sagen diese schüßler salze haben sich fast über 150 jahren bewährt wir haben keine gegen anzeige bei schwangerschaft wir können keine frucht schädigen das ist ganz ganz wichtig das gab es in 150 jahren kein hinweis ist einmal sehr gut ich kann also mit schüßler salzen auch eine schwangere behandeln wenn die mit malen infekt kommt brauche ich gleich nicht ein antibiotium das ist mal das vorteilhafte dann auf der anderen seite kann ich junge und alte behandeln bei banalen funktionsstörungen ich brauche ja nicht bei einem virus infekt beim grippalen infekt es sind ja nicht bakterien sondern viren und da hilft kein antibiotium kann ich erst mal wie diesen schüßler salzen mit dem kräutertee starten oder mit halb pflanzensäften das ist etwas wo ich sage wenn ich damit 80 prozent schon heile indem der körper aktiviert wird nicht ich heile sondern der körper heilt sich ich gebe ja nur den impuls dann habe ich die weg und beim restlichen 20 prozent da kann ich dann zu der keule rausholen und dazu schlagen aber dadurch habe ich ja sehr viel spektrum offen wo ich dann alle nuancen anwenden kann das heißt also die einfachen fälle behandelt so die komplizierten so und wenn es regulationsblockaden gibt gerade bei chronisch kranken da muss ich ja noch mehr rausholen manchmal ist es ein toter zahn der stört manchmal ist es irgendwie eine blockade durch ein unterdrückter fußschweiß ja klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch aber viele menschen wenden bei fußschweiß ein spray an und wenn dieses die haut verklebt dann zeigt sich das an einer anderen seite des körpers und das sind so beobachtungen die nicht nur ich gemacht habe sondern sehr viele ärzte und wenn man ganz ganz weit zurück geht schon hippokrates unterdrücke nichts an der haut denn es schlägt nach innen spannend hippokrates war eigentlich ein genialer kopf der seite eure nahrungsmittel sind eure heilmittel und eure heilmittel sind eure nahrungsmittel ja wenn wir alles belassen so wie die natur ist hervorbringen dieser wunderbar aber jetzt gehen wir doch schon mal heute in den supermarkt was es da in e-nummern alles gibt das ist alles nicht mehr natur ja und das ist genau das was den körper zusätzlichen stress setzt blockaden schafft und da sind diese mineralsalze nach schüßler eine elegante form gerade nummer zehn beispielsweise ein natrium sulfurikum des glaubersalz aber kommen wir ja zurück wir sind ja bei kalium sulfur für die für die schleimhäute das nun die nummer vier die nummer vier und genau da müssen wir ansetzen wir haben so viele histamin intolerante wir haben so viele laktose fruktos intolerante patienten vor allem der ganze marken darm trakt das ist 80 prozent alles schleimhaut und das sind die patienten die dann zu mir kommen unwohlsein füllegefühl schwindel klar wenn ich im bauchfeuernüssen gärprozesse habe ammoniak biogene amine endrotoxine denn ja genau die substanzen die im darm entstehen und wenn die darmwand sich öffnet in folge der entzündung deswegen schüßler salz zweites entzündungsstatus die nummer vier dann geht alles das was ich gerade genannt habe diese substanzen in die fortader direkt zur leber und die leber sagt meine güte was kommt da für ein schrott an was muss sich da alles entsorgen verbraucht ein sehr viel selen und selen ist ein mineral das ja ein enzym die glutation peroxidase anschubt und genau dieses enzym mit der glutation peroxidase kann jede körperzelle entgiften fehlt aber jetzt selen weil es verbraucht wurde in der leber dann können sich andere organe entzünden beispielsweise bei der frau häufig die schilddrüse die hashimoto-thyreoiditis oder bei mann die prostata und wie viele auch meiner kollegen sind zu mir gekommen haben gedacht meine güte der psa wert ist erhöht sie haben prostata krebs nein es war nur eine entzündung also viele verwechseln immer entzündung mit einem tumor natürlich beim tumor geht auch der psa wert der prostata spezifisch antigen hoch aber es ist eine entzündung wo dieser wert ist man anzeigt und diese werte kann ja damals der schüßler noch nicht da gab es ja kein test von böhringer bayern oder roch ja wo man das schnell ablesen konnte da muss denn ganz anderes fingerspitzengefühl entwickelt werden um hier zu erkennen aha wir haben hier eine entzündung wir haben ein weißen zungenbelag wir haben eine wärme verbesserung keine kälte verbesserung also der organismus in einem ganz anderen energiehaushalt und wenn ich meine chronisch kranken patienten mal auf den bauch fassen wenn ich untersuche habe ich zu 90 prozent kalte areale dann sage ich zu meinem patient chance wenn ihr blut ja überall wunderbar zirkuliert warum ist es an der stelle kalt weil in unterliegenden schichten nämlich im barm die optimale durchblutung nicht gegeben ist und dort haben wir dann die chronische entzündung die wir heutzutage modern auch als sein inflammation titulieren die stille entzündung die stille entzündung haben die zahlmedizin als erste beschrieben heute haben wir sie in der kardiologie wir haben sie in allen bereichen der medizin weil wir erkannt haben dass ohne dass es der patient spürt entzündliche prozesse im körper vorhanden sind und genau die da war schüsseler von überzeugt kann er mit der nummer vier kalium chloratum in der d6 zum abheilen bringen und die erfahrungswerte geben ihm ja recht und wir können heute nachweisen im blut ja wenn ich jetzt dem patient die nummer vier gebe sehe ich ja nach vier sechs wochen wenn ich wieder eine neue blutuntersuchung macht dass die leuker zünden in normwert zurückgehen dass die senkung wieder sich normalisiert alles maßnahmen oder das c-reaktive protein auch wieder in regulativ normwertigen bereich geht das heißt also dieses mittel hat den körper in einen zustand versetzt dass die regulation durch die körpereigenen mechanismen ins gleichgewicht kommen und das ist genial heute wird ja viel im internet auch recherchiert viele patienten die beschwerden haben nutzen der suchmaschine und schauen da mal was man da so machen kann immer wieder gibt es dann auch menschen die die mich dann fragen ich habe da im internet das und das gefunden und da sind dann behandlungshinweise die sehr sehr viele einzelne schüßler salze beinhalten manchmal 45 67 unterschiedliche schüßler salze für ein und dasselbe beschwerde bild wenn ich mich da erinnere dann an die empfehlung die dr schüßler damals eigentlich ausgesprochen hat dass gemische nicht statthaft sind also dass eigentlich nur ein schüßler salz gegeben werden zwar im wechsel wenn angezeigt ist das heute aber auch noch so für dich als vielen nicht viel hilft richtig weil wer macht denn die heilung der körper nicht die mineral salz die geben ja nur das signal und das verwechseln viele aber wenn ich natürlich unspezifisch gebe gebe ich alles dann wird irgendwas ja wirken ja und der apotheker freut sich in fünf dosen verkauft wie bisher nur eine klar aber im prinzip ist es tatsächlich so dass man durchaus in ausnahmesituation mehr wie zwei oder drei gibt aber generell könnte man ja alle zwölf salze geben und es gibt auch hersteller die bieten sowas an ja das ist okay aber die regulation gezielt ist vom schüßler mit einem mittel den impuls zu setzen denn die heilung wie gesagt macht der körper super außer er ist nicht mehr dazu in der lage also zb nach einem schweren autounfall wir haben von sechs liter blut nur noch drei da bringt es auch nichts wenn ich jetzt mit der nummer drei oder nummer vier arbeite dann brauche ich natürlich die intensivmedizin ganz klar aber später zur regulierung zur regenerierung dann können wir wieder die sanfte methode von den biochemischen mitteln nach dr schüßler einsetzen vielen dank peter für die tiefen einblicke vielen lieben dank fürs zusehen wir hoffen es hat ihnen gefallen und bis zum nächsten mal tschüss an der sicht des 12 geburtstag von dr mit wilhelm heinrich schüßler sind zwei bücher erschienen erhältlich in jeder buchhandlung in deutschland österreich und der schweiz